Wer hat mir alles geschrieben? Was wurde in den Gruppen geschrieben? Was wurde in den Gruppen geteilt? Welche Aktivitäten werden geplant? Planen sie gerade ein Treffen? All diese Fragen haben mich die ganze Zeit beschäftigt, bis ich realisiert habe, dass ich zum damaligen Zeitpunkt abhängig von WhatsApp war. Zumal der Prophet, a.s.w., in einer Überlieferung gesagt hat, dass es zwei Segnungen von Allah gibt, die die Menschen verschwenden und nicht richtig verstehen. Die Probleme und Herausforderungen unserer Jugend. Wie viele Social Media Accounts hast du? Die meisten werden mindestens zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Accounts haben und all diese Accounts auch pflegen. Dieses Phänomen Social Media ist ein markantes Merkmal unserer jungen Generation, weil wir die erste Generation sind, die mit Internet im Allgemeinen und speziell auch mit Social Media und Streaming aufgewachsen sind. Anders als Frau Merkel, die ja über das Internet gesagt hat, das wäre Neuland, ist es für uns ganz normal, selbstverständlich und gehört einfach zum Leben dazu. Wenn wir einmal kurz innegehen und über unsere eigene Handynutzung nachdenken, müssen viele von uns sich eingestehen, dass diese einer Sucht gleicht. Allein der Gedanke, dass dein Akku leer geht, führt zu Panik. Ich hatte das selber vor längerer Zeit einmal erlebt, dass ich mein WhatsApp neu installieren musste und ich Probleme hatte bei der Registrierung. Ich glaube, ich hatte ein, zwei, drei Tage kein WhatsApp gehabt, aber sehr wohl noch Facebook und Instagram und hätte auch all meine Freunde kontaktieren können. Und trotzdem habe ich zu diesem Zeitpunkt sofort eine gewisse innere Unruhe gespürt. Wer hat mir alles geschrieben? Was wurde in den Gruppen geschrieben? Was wurde in den Gruppen geteilt? Welche Aktivitäten werden geplant? Planen Sie gerade ein Treffen? Schon all diese Fragen haben mich die ganze Zeit beschäftigt, bis ich realisiert habe, dass ich zum damaligen Zeitpunkt abhängig von WhatsApp war. Und auch der kürzliche Ausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram am 4. Oktober hat offenbart, wie abhängig die Menschen von Social Media sind. So abhängig, dass sie, weil sie ein paar Stunden gerade WhatsApp und Instagram und Facebook nicht nutzen konnten, sich 70 Millionen Menschen noch am gleichen Tag bei Telegram angemeldet haben. Ganz nach dem Motto, Hauptsache online. Und es ist nun mal nicht nur WhatsApp und Telegram und Facebook, sondern auch Twitch und YouTube und Snapchat und TikTok und Facebook und Netflix und Amazon Prime und so weiter und so fort. Und sehr viele Studien bestätigen auch genau diesen Punkt. Es sind viele Studien bekannt, in der Jugendliche befragt wurden über ihre Handynutzung. Und ich möchte hier einige Fragen und ihre Ergebnisse mit euch teilen. Zum Beispiel lautete eine Frage, wie lange darf es maximal dauern, bis man dir auf eine Nachricht auf WhatsApp antwortet? Und hier haben 60% der Jugendlichen angegeben, dass sie erwarten, dass innerhalb von wenigen Minuten, wenn nicht sogar sofort, eine Antwort kommt. Und dementsprechend war natürlich auch die eigene Erwartungshaltung. Sprich, dass man das Gefühl hatte, immer sofort antworten zu müssen. Eine andere Frage lautete, wie fühlst du dich, wenn dein Handy nicht bei dir ist und du auch nicht die Möglichkeit hast, an dein Handy zu kommen? Und hier haben die absolute Mehrheit der Jugendlichen, also 72%, haben angegeben, dass beim Nichtvorhandensein des Handys eines dieser drei folgenden Gefühle bei ihnen entsteht. Aufregung, Einsamkeit und Angstgefühle. Fast zwei Drittel haben angegeben, dass sie nicht weiter wüssten, wenn ihr Handy verloren geht. Und knapp die Hälfte hat angegeben, dass sie ständig besorgt sind, dass ihr Akku ausgeht. Genauso viele haben angegeben, dass sie sich extrem unwohl fühlen, wenn sie an Orten sind, ohne Handyempfang. Oft werden die Jugendlichen in diesen Studien auch befragt, warum sie denn am Handy sind. Also mit welchem Zweck benutzt du denn dein Handy? Und dieses Ergebnis ist für uns, gerade für uns Muslimen, aber eigentlich auch für alle Jugendlichen oder für alle auch Nicht-Muslime sehr besorgniserregend. Denn hier haben 84% der Jugendlichen in einer Studie angegeben, dass sie ihr Handy aus Langeweile nutzen. In einer anderen Studie waren es sogar 91%. Heißt, 9 von 10 unter euch, die gerade dieses Video schauen, haben hier angegeben, dass sie das Handy nur als Zeitvertreib nutzen. Und auf die Frage, was man am Handy am häufigsten macht, waren es genau diese zwei Antworten, Streaming und Social Media. Es geht sogar so weit, dass wir mittlerweile einen eigenen Wissenschaftsbereich haben in der Psychologie und in der Soziologie. Und hier ist vielleicht ein Begriff zu erwähnen, der in diesem Kontext fällt. Und zwar der Begriff Internet Addiction Disorder. Wenn man den jetzt streng ins Deutsch übersetzen würde, würde das bedeuten Internet Suchtstörung. Weil unabhängig davon, ob wir jetzt wirklich an dieser Internet Suchtstörung leiden oder internetsüchtig sind oder nicht, müssen wir uns aber eingestehen, dass das Internet und speziell auch Social Media nicht nur ein großer Bestandteil unseres Lebens, sondern auch ein fester Bestandteil unseres alltäglichen Lebens, das heißt unseres Alltags ausmacht. Es geht sogar so weit, dass in einer der vorhin erwähnten Studien unter 13- bis 17-Jährigen mehr Leute oder mehr Befragte angegeben haben, dass sie lieber über Text sind, sprich über WhatsApp und Co. kommunizieren, als persönlich. Man könnte jetzt doch darüber diskutieren, inwiefern dieser Fakt ein Problem für uns darstellt, dass wir so viel von unserer Zeit am Handy verbringen und eine Serie nach der anderen auf Netflix schauen und ständig auf Social Media sind, meistens auch gleichzeitig. Netflix läuft und du bist am Handy. Zumal der Prophet a.s.w. in einer Überlieferung gesagt hat, dass es zwei Segnungen von Allah ta'ala gibt, die die Menschen verschwenden und nicht richtig verstehen. Die Gesundheit und eben die freie Zeit. Vor allem der Punkt, dass man oftmals das Handy benutzt aus Langeweile oder zum Zeitvertreib, vertreibt. Sprich, um die Zeit totzuschlagen, zeigt auf, wie groß diese Problematik bei uns in der Jugend vorhanden ist. Letztendlich ist es nicht so, dass du die Zeit totschlägst, sondern dass du dich selbst totschlägst. Und hier eine Frage, eine einfache Frage an euch, damit ihr selbst reflektieren könnt und euch selbst testen könnt, inwiefern ihr von diesem Problem betroffen seid. Wie viel Zeit habt ihr in der letzten Woche für Allah ta'ala verwendet und wie viel Zeit habt ihr in der letzten Woche für Netflix verwendet? Wenn die Antwort auf diese Frage euch nicht zufrieden stellt, dann wisst ihr jetzt, dass sie verschwenderisch mit eurer Zeit umgeht. Das Problem ist, dass die vergangene Woche abgeschlossen ist. Das Kapitel ist geschlossen und die Seiten sind geschrieben. Und wir haben auch nicht mehr die Möglichkeit, diese Seiten rauszureißen und diese neu zu schreiben. Du hast aber die Möglichkeit, heute, morgen, diese Woche und die nächste Woche daran was zu ändern. Neben dieser Tatsache sollten wir uns aber auch darüber Sorgen machen, was wir all diese Zeit auf den sozialen Medien machen. Was macht es so kritisch, dass wir ständig auf TikTok und Instagram unterwegs sind? Es geht hier in diesem Beitrag und auch generell in dieser Reihe nicht darum, alle Apps per sie zu verteufeln. Letztendlich sind wir ja selbst auch auf einigen dieser Apps vertreten. Es geht vielmehr darum, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln sollten, wie diese Apps uns beeinflussen, damit wir dementsprechend achtsamer damit umgehen können. Wir werden inshallah in den zukünftigen Beiträgen bestimmte Plattformen uns aufgreifen und behandeln. Wir werden uns anschauen, welche Trends sich verbreitet haben und auch verbreiten auf diesen Apps, diese kritisch durchleuchten. Aber im Zuge dessen auch allgemein über den Einfluss von Social Media und Streaming-Plattformen diskutieren, auf das wir in Zukunft achtsamer mit diesen Apps umgehen können und auch achtsamer mit unserer freien Zeit. Und auch ihr könnt hier mitwirken, indem ihr beispielsweise in die Kommentare schreibt, welche Gefahren ihr in Social Media seht, welche Trends ihr vielleicht beobachtet habt oder aktuell beobachtet, die für uns Muslime eine Gefahr darstellen. Wir werden inshallah auch diese Kommentare uns durchlesen und gegebenenfalls aufgreifen.